Hallo zusammen, Blitzbob hier. Heute machen wir ein Unboxing. Zum Feier des Tages, für meinen großen Tag, habe ich was geschenkt bekommen. Eine Box, ein Party-Lautsprecher mit 40 Watt. Jetzt machen wir Unboxing. Was ist da drin? Und später machen wir ein Soundtash mit Gitarre und Gesang. Die ist von Blaupunkt. Was ist da drin? So, Styropor. Einmal Styropor. Styropor. Und jetzt holen wir es raus. So, jetzt ziehen wir die Box raus. Da haben wir Styropor noch. Styropor. Dann haben wir ein Ladekabel. So sieht es aus. Ladekabel. Jetzt machen wir mal die Hülle runter. Wie geht es? Die schöne Hülle. Wie sieht die aus? Machen wir so. Egal. Eine Bluetooth-Box. 40 Watt. Und der Akku hebt anscheinend 6 bis 8 Stunden. Da kann ich mal Straßenmusik machen. Jetzt gucken wir mal. Hier sind die Anschlüsse. So sieht es aus. Da kann man Gitarre und Mikrofon einstecken. Hier ist die Antenne. So sieht es aus. Wunderbar. Und später machen wir einen Soundtest. Euer Blitzbob.